Dieses Projekt, was Sie hier hinter mir sehen, die feste Fehmarn-Beltquerung und ihre Schienenanbindung, wird das Reisen zwischen Deutschland und Skandinavien in der Zukunft deutlich vereinfachen. Ja, wir verbinden den Norden. Das ist das große Ziel der Bundesregierung bei diesem Projekt. Aber ich würde gerne ein bisschen weitergreifen wollen, denn es ist eines der größten Projekte in der Infrastruktur in ganz Europa. Durch die viel bessere Anbindung, und das ist eines der Punkte, die uns eben sehr wichtig sind, dass es nicht nur ein europäisches Projekt ist, nicht nur ein norddeutsches Projekt ist, nicht nur ein Projekt der beiden großen Metropolregionen, sondern alle Menschen, die im Norden sind, die an dieser Strecke wohnen, werden davon letztlich profitieren. Mit dieser Verbindung, mit dieser neuen Entwicklung in unserem Teil Nordeuropas wird wir viel mehr umweltnachhaltig Kommunikation schaffen. Die Fehmarn-Belt-Tunnel wird Deutschland und Dänemark noch enger miteinander verbinden. Menschen, Unternehmen und Regionen kommen sich näher und so kann neues Wachstum entstehen. Beckern-Belt-Tunnel wird Deutschland hier zum Notarès in der pergi��계 Vielen Dank.